Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem kleinen Video, in dem wir zusammen mit Destructor, okay Destructor ist besser gesagt, eine Ankündigung haben. Hast du uns Destructor? Nämlich vom nächsten Splatoon 2 Turnier, nachdem das letzte so weit angekommen ist, haben wir glaube ich noch am selben Tag gesagt, wir machen wieder eins und da hat Destructor jetzt einen Haufen Infos, wie das ablaufen wird. Es wird sich wieder auf ein 2-4-2-Turnier hingeben. Diesmal wird es allerdings nicht Revierkampf, sondern ein Rangkampfmodus sein, um genau zu sein Herrscher. Also es könnte eventuell sein, dass es ein bisschen mehr gesweatet wird als letztes Mal. Aber vorher, bevor ich zu den Waffen komme, muss ich eine Sache sagen, die mir im letzten Turnier richtig krass aufgefallen ist. Nämlich, dass, ich schätze jetzt mal so auf die 80% der Teilnehmer, einfach mal kurz Waffen mit hoher Reichweite gespielt haben, um bessere Gewinnchancen haben und dass die ganzen Spieler mit mittlerer und Nahkampfwaffen absolut keine Chance haben. Und das ist jetzt der Punkt, ich werde diesmal nicht so krass auf die Waffenverbote achten, nur auf die Range. Das bedeutet, ihr dürft nur Waffen mit kleiner oder mittlerer Range nehmen. Die Anmeldefrist ist noch bis Freitag, der 16. November um 23 Uhr, wie auch letztes Mal bei mir per Discord-DM. Genau, stattfinden wir den ganzen Spaß am Samstag, den 17. ist es glaube es, oder? 17. Ja. Genau, 17. Ab 20 Uhr, hier auf meinem YouTube-Sendal. Und es wird auch wieder was zu gewinnen geben. Genau, Gewinne wird es auch wieder geben. Was es sein wird, geben wir dann, wie ich jetzt mal auch ein im Laufe des Turnieres bekannt. Und nachdem es auch viele gewünscht haben, dass angezeigt wird, welches Team gerade spielt und wie viel es steht, da bastle ich deshalb auch in einer Anzeige, die wir dann auch haben werden, ab dem nächsten Turnier. Also es wird alles in allem hoffentlich professioneller sein als das erste. Jenga, hast du noch irgendwas da hinzuzufügen? Nö, das war's von mir aus eigentlich. Das war's von dir aus. Das war's von mir auch so zum Turnier. Eine andere Sache möchte ich noch ein bisschen ansprechen. Und zwar, mich haben nämlich mehrere Leute privat für WhatsApp oder auch hier unter die Videos kontaktiert und gefragt, weshalb eigentlich keine neuen Videos kommen. Äh, Licht, äh, liegt Licht hinweg einfach daran, dass ich jetzt halt im Schulstress bin, aber es kommen jetzt wieder Videos die Tage. Werde die dann schon sehen. Also es kommen noch weiteren Videos. Habt das jetzt halt nur mit der Schule zu tun. Gingau. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Hohesamt für das Video. Ich hoffe, ihr seid am Samstag dabei beim Turnier. Wie gesagt, beim Destructor konntest ihr euch dann noch anmelden bis Freitag. Gingau. Falls ihr Fragen habt zum Turnier, einfach damit ab in die Videobeschreibung, Kommentare oder einfach direkt Destructor oder mich anschreiben. Gingau. Also dann, macht's gut, ihr Leute. Bis Samstagabend. Und ciao. Ciao.